Hallo auf Sambri und Bacchi Lessig. Heute gibt es mal ein Video zum Lumix Panasonic DMCM1. Viel Spaß! Sambri und Bacchi Lessig. Die Kamera kommt mit Android 4.4 KitKat daher. Hat einen super Akku, super Leistung, hat nämlich Stock Android, also normales Android, wie du es von Google kriegst. Kann 4K filmen, aber nur 4K 15, deswegen FPS ruckelt, deswegen etwas und ja, es gibt und spielen ist natürlich auch mit möglich. Wie ihr da schon seht, um die 8000 Punkte oder 880.000 Punkte bei Atutu Benchmark irgendwas. Ja, 2 GB Arbeitsspeicher und sehr gute. Ihr könnt auch in diese Kamera eine SIM-Karte einlegen, vielleicht für den Urlaub. Ja, und die Kamera ist natürlich sehr gut, wie ich schon halb gesagt habe. Ja, Bilder davon seht ihr jetzt. Hier ist die Hauptkamera. Hier ist ohne 4K gefilmt. Hier ist mit 4K gefilmt. Und dahinter kommen einfach noch Fotos und Selfies, kommt glaube ich gleich. Selfie-Kamera ist ja schlecht. Selfie, sehr schlecht. Das Gerät habe ich eigentlich ausgeliehen bekommen, weil es im Schrank lag von meinem Opa. Danke dafür und dann war es das von mir und ihr könnt uns kostenlos abonnieren, liken. Bis bald. Ciao. Aber die Selfie-Kamera ist wirklich schlecht. Und die... Und dann hast du mal Vielen Dank. Vielen Dank.